Musik Die heutige Lehreinheit wird Besonderheiten in Befund und Therapie bei Markus Parkinson und Demenz umfassen. Wenn wir von hypokinetischen Syndromen wie dem Morbus Parkinson sprechen, dann sind Bereiche des zentralen Nervensystems betroffen. Im Fall des Morbus Parkinson fehlt ein wichtiger Neurotransmitter, der Botenstoff Dopamin. Dieser ist besonders wichtig in den Basalganglien, allerdings auch als Kontakt zu Cerebellum, also dem Kleinhirn, und dem präfrontalen Kortex von großer Bedeutung. Bei Morbus Parkinson sind also diese drei Bereiche, der präfrontale Kortex, Cerebellum und Basalganglien, betroffen. Und als nächstes möchte ich vorstellen, welche Aufgaben diese Strukturen besitzen. Gemeinsam sind die Basalganglien also eine wichtige Struktur bei Morbus Parkinson. Sie sind zuständig für die Vorbereitung und Ausführung der Bewegung. Sie kontrollieren vor allem komplexe Bewegungsabläufe. Sie koordinieren die Bewegung zusammen mit dem Cerebellum. Das Cerebellum ist das Kontrollorgan. Es vergleicht, wie die Bewegung beabsichtigt wurde, mit dem tatsächlichen Ergebnis der Bewegung. Das Cerebellum spielt eine wichtige Rolle, um die Bewegung in ihrem Timing anzupassen, sowie den Muskeltonus entsprechend passend zu gestalten. Der präfrontale Kortex, und zwar besonders der dorsolaterale präfrontale Kortex, sind wiederum wichtig, um die entsprechende Aufmerksamkeit zu leisten, die Bewegung zu entwerfen und dann die Ausführung zu kontrollieren. Parkinson wird hauptsächlich der Störung der Basalganglien zugeschrieben, aufgrund der Störung des Neurotransmitters, dem Dopamin, welches dort benötigt wird. Dadurch, dass es nun in den Basalganglien weniger Interaktion mit dem motorischen Kortex geben kann, weil das Dopamin fehlt, kommt es zu folgenden Leitsymptomen. Und zwar zur Pradykinese oder Hypokinese, also eine Bewegungsverlangsamung oder Bewegungsarmut, bis hin zur A-Kinese, wenn wir gar keine Bewegung mehr beobachten können. Diese fehlende Bewegung ist jedoch nicht auf eine Muskelschwäche zurückzuführen. Die Muskelkraft wäre vorhanden. Es geht rein um die von sich aus gestaltete Bewegung. Die ist reduziert oder verlangsamt. Ein zweites Leitsymptom ist der Rigor. Hier haben wir einen Hypertonus in der Muskulatur, welcher durch die gesamte Bewegung spürbar ist. Das führt dazu, dass wir, wenn wir einen Patienten oder eine Patientin mit Parkinson bewegen, sehr viel Widerstand erkennen. Und Argonisten und Anto-Argonisten sind gleichzeitig aktiv. Es kann passieren, wenn wir bewegen und der Widerstand lässt plötzlich nach, dass es zu einem Zahnradphänomen kommt, eine ruckartige Bewegung. Das dritte Leitsymptom ist der Tremor. Hier sprechen wir anders als vom Intentionstremor, vor allem von einem Ruhetremor. Wir unterscheiden vom Intentionstremor, der hauptsächlich bei zielgerichteten Bewegungen, also in Aktivität stattfindet, wie er bei cerebellären Läsionen vorkommen kann. Bei Parkinson nun mit dem Ruhetremor von kleinen, oszillierenden Bewegungen, die vor allem bei Nichtaktivität, also in Ruhe, vorkommen. Nun sind jedoch nicht nur die Basalganglien betroffen, wenn Dopaminmangel vorliegt. Es werden auch Veränderungen in anderen Gehirnarealen und mit deren Interaktion festgestellt. Das Cerebellum weist auch Veränderungen im Krankheitsverlauf auf. Diese Veränderungen sind auch auf die Degeneration der Dopaminrezeptoren zurückzuführen. Es kann auch passieren, dass es Folgen der medikamentösen Behandlung sind, wenn L-Dopa zugeführt wird. Und wir beobachten auch mögliche Kompensationsstrategien, da das Cerebellum nun Aktivitäten kompensiert, die die Basalganglien nicht mehr ausführen können. Im Anfangsstadium bei Morbus Parkinson sind die Funktionsdefizite relativ gut kompensierbar, indem das Cerebellum vermehrt aktiv ist. Daher beobachten wir eine verstärkte Aktivität, zwischen Cerebellum, Thalamus und Cortex. Schreitet die Erkrankung fort, können jedoch die Beeinträchtigungen nicht mehr zur Gänze ausgeglichen werden. Das Zusammenspiel der wesentlichen Gehirnareale bei der willkürlichen Bewegung ist nun folgendes. Die üblichen zentralen Aktivierungsmuster sind bei Personen mit Parkinson-Erkrankung bei den willkürlichen Bewegungen gestört. Nun kommt es also zu einer verminderten Aktivität zwischen dem Striatum und dem Cortex, sowie auch zwischen dem Striatum und dem Cerebellum und zwischen jenen Verbindungen, die für die Aufmerksamkeitsleistung verantwortlich sind. Dafür sind nun motorische Verbindungen zwischen Cerebellum und Cortex verstärkt. Wenn man dies auf zentraler Ebene vergleicht zwischen Parkinson und gesunden Personen, sehen Sie sich bitte diese am Anfang recht komplex wirkende Grafik an und sehen Sie zuerst auf die roten Verbindungen. Diese weisen auf eine gesteigerte Aktivität zwischen den entsprechenden Arealen hin. Sie sehen also, dass gesteigerte Aktivität zwischen linker und rechter Cerebellum-Hemisphäre, dem prämotorischen Cortex und dem primärmotorischen Cortex stattfindet. Blaue Verbindungen Weisen auf eine verminderte Aktivität zwischen den Arealen hin. Hier stechen uns die Basalganglien ins Auge, die ausschließlich verminderte Aktivität aufweisen und also weniger mit dem primärmotorischen Cortex links und rechts und weniger mit dem Cerebellum kommunizieren können, sowie auch weniger mit dem linken prämotorischen Cortex. Je nachdem, wie die Person funktionell beansprucht wird, kommt es also zu einer Unterbrechung zwischen präfrontalen und supplementären oder prämotorischem Cortex. Diese Beobachtungen sind vor allem dann zu sehen, wenn Bewegungsabläufe ein bestimmtes Maß an Aufmerksamkeit brauchen. Also zum Beispiel, wenn freie Bewegungen gewählt werden dürfen, wenn der Zeitpunkt der Bewegungsinitierung offen ist, wenn die Ausführungsgeschwindigkeit der Person selbst überlassen ist und besonders, wenn diese auf andere Situationen abgestimmt werden müssen, also reagiert werden muss. Es kommt zu weniger oder keinen Unterbrechungen bei Bewegungen, die durch externe Cues initiiert werden oder wenn der Ablauf bereits automatisiert ist. Nun gehen wir auf einen Exkurs und zwar zu den Stadien des motorischen Lernens. Wir haben zuerst das Stadium der kognitiven Phase. Hier lernen die Personen eine Bewegung das erste Mal und wir beobachten eine hohe Fehlerquote. Sehr variable Bewegungen, die immer unterschiedlich ausgeführt werden. Und die Bewegung muss kognitiv sehr stark kontrolliert werden. Das heißt, wir werden sehr viel Aufmerksamkeit im präfrontalen Cortex benötigen. Dies ist, wie wir nun wissen, bei Morbus Parkinson bereits sehr herausfordernd. Die assoziative Phase des motorischen Lernens bedeutet, dass wir weniger kognitive Ressourcen benötigen und die Bewegung nicht mehr so variabel durchgeführt wird. Die Personen erkennen ihre Fehler selbst und können sie auch alleine auflösen. Hier sind die Personen nun in der Lage, Timing und Antizipation von Bewegungen abzustimmen. Aus der Lehreinheit zuvor, die das Terabellum betrifft, wissen wir, dass dieses Stadium besonders beeinträchtigt ist. Also Kleinhirnerkrankungen kämpfen genau mit der Fähigkeit, Fehler zu erkennen und sofort zu reagieren. Bei Morbus Parkinson ist das Kleinhirn nicht so stark betroffen, sondern nur die Verbindung zu den Basalganglien. Morbus Parkinson fällt es besonders schwer, das autonome Stadium zu erreichen. Die Automatisierung, die fehlt. Und Fehler zu erkennen und zu korrigieren, fällt den Personen sehr, sehr schwer. Das autonome Stadium würde bedeuten, dass wir weniger kognitive Ressourcen benötigen. Und genau das, das Dual-Tasken und das Transferieren in andere Übungssituationen oder Alltagssituationen, fällt Personen mit Morbus Parkinson sehr, sehr schwer. Was passiert also während dieses Lernprozesses im zentralen Nervensystem? In der kognitiven Phase ist Aktivität vor allem in den kortikalen Arealen. In der assoziativen Phase müssen nun Areale wie das Terabellum, das Kleinhirn, der Thalamus und das Putamen aktiv sein. Hier erkennen wir also bereits einen Teil der Basalganglien, das Putamen. In der autonomen Phase kommt es nun zusätzlich zu einer Reduktion der kortikalen Aktivität und zwar besonders in jenen Regionen, die für die Verarbeitung von sensorischen Informationen, für die Planung und für die Aktivierung verantwortlich sind. Das, was Morbus Parkinson-Patienten und Patientinnen sehr schwerfällt, Bewegungen zu planen und sich selbst zu aktivieren. Wenn Sie eine Bewegung das erste Mal lernen, brauchen Sie eine bestimmte Kapazität an kognitiven Ressourcen, also sehr viel Aufmerksamkeit im präfrontalen Kortex. Wenn Patienten und Patientinnen mit Morbus Parkinson, also das autonome Lernstadium erreichen, brauchen Sie immer noch Aufmerksamkeit und besondere Konzentration auf die Bewegungsausführung. Anders als bei Gesunden, die nur eine bestimmte Kapazität an kognitiven Ressourcen benötigen. Dem Basalgang hier kommt eine wichtige Rolle in der Automatisierung von Bewegungsabläufen zu. Das bedeutet also zusammengefasst, die Aufmerksamkeitsressourcen sind zwar vermindert, aber scheinen dennoch relativ intakt zu sein und motorisches Lernen ist möglich, wenn auch mit sehr hohem Aufwand verbunden. Personen mit Parkinson brauchen aber einen stark extensiven Übungsprozess und sehr viel Gehirnaktivität für die Ausführung. Nun gibt es eine Studie von Wu und Hellert, die die Gehirnaktivität zwischen Personen mit Parkinson und Gesunden verglichen haben mittels funktioneller Magnetresonanz und hier verglichen haben, wie die Personen Dual-Task-Aufgaben erlernen. Die erste Bewegungsaufgabe war, zwei Bewegungssequenzen mit den Fingern der rechten Hand unterschiedlich komplex zu erlernen. Die zweite Bewegungsaufgabe war, kognitive und motorische Dual-Task-Varianten zu erlernen. Was war das Ergebnis dieser Studie? Es zeigte sich eine verminderte kortikale Aktivität bei Gesunden, sobald sie die Bewegung automatisiert hatten. Auch wenn Personen ein vergleichbares Lernergebnis erreichten, war bei ihnen eine vermehrte Aktivität zu beobachten, und zwar im präfrontalen Kortex, welcher für die Aufmerksamkeit und Ausführungskontrolle verantwortlich ist, im parietalen Kortex, der ebenfalls für Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis und Ausführungsprozess zuständig ist, sowie in den prämotorischen Arealen und im Kleinhirn, da diese die zeitliche Organisation und die Kontrolle der Bewegung übernahmen. Wenn nun also Personen mit Parkinson sehr viele Aufmerksamkeitsressourcen in Anspruch nehmen müssen, dann wird ihre Dual-Task-Fähigkeit eingeschränkt sein. Also achten Sie bitte darauf in der Therapie mit diesen Personen, dass sie fordern, aber nicht überfordern. Und Dual-Task-Aufgaben können zu einer solchen Überforderung führen, wenn wir sie nicht langsam und gezielt erarbeiten, beziehungsweise müssen wir berücksichtigen, wenn diese Fähigkeit wichtig ist, dass wir ausreichend Energie und Zeit zur Verfügung stellen. Also ist motorisches Lernen trotz Parkinson-Erkrankung möglich, braucht jedoch einen langen Übungsprozess. Je komplexer die Aufgabe ist, desto offensichtlicher werden Beeinträchtigungen. Und bei Dual-Task-Aufgaben kommt es also häufiger zu Fehlern und die Reaktionszeit ist verlängert. Akinesen oder Hypokinesen treten in erster Linie bei selbstinitiierten Bewegungen auf. Und hier können wir in der Therapie externe Cues verwenden, um die Anforderung an die Auswahl, Initierung und das Timing der Bewegung zu erleichtern. Die Ausführung ist beeinträchtigt, wenn der Aufmerksamkeitsfokus auf die Bewegungsausführung oder Initierung gelenkt wird. Wir möchten also bei Morbus Parkinson hier keinen internen Fokus, sondern einen reinen externen Fokus auf Cues, die visuell, auditiv, propräzeptiv oder mental sich außerhalb des Körpers ausrichten. Dies spiegelt sich wieder im Befund eines Morbus Parkinson-Patienten oder einer Morbus Parkinson-Patientin. Wichtig ist, dass Sie in der Anamnese nach Stürzen und Schmerzen fragen. Auf Körperfunktions- und Strukturebene werden Sie aufgrund der verringerten Sympathikus-Aktivität einen erhöhten Speichelfluss, ein maskenhaftes Gesicht und ein Salbengesicht beobachten können. Und die Stimme ist heißerflüsternd, die Atmung sehr flach. Dann erkennen Sie außerdem die drei Hauptsymptome. Den Tremor, den Rigor und die Bewegungsarmut. Da der Rigor zwar eine Versteifung und eine erhöhte Muskelspannung bedeutet, ist zu beachten, dass es zusätzlich im Rumpf jedoch zu einer reduzierten posturalen Kontrolle kommt. Bei lang anhaltender Bewegung wird die Muskulatur schwächer und das bedeutet, dass Personen im Stehen oder Gehen eine gebeugte Haltung aufweisen. Ganz deutlich ist es, wenn Sie mit Morbus-Parkinson-Patienten und Patientinnen arbeiten, wenn die Krankheit bereits sehr stark fortgeschritten ist, werden Sie also in den Aktivitäten aufgrund dieses erhöhten Rigors im Rumpf vor allem On-Block-Bewegungen beobachten können. Das bedeutet, rotatorische Bewegungen bei Drehen oder Transfer sind kaum noch möglich. Und aufgrund des Tremors werden Sie sehen, dass Hantieren vor allem im fortgeschrittenen Stadium dann auch schon zittrig wird. Der Gang ist schlurfend, kleinschrittig und die Arme schwingen aufgrund des Rigors nicht mit. Was nun ganz deutlich bei Parkinson-Patienten auftreten kann, ist das sogenannte Freezing-Phänomen. Das bedeutet, dass Personen plötzlich stehen bleiben müssen, wenn sie durch einen Reiz abgelenkt werden, wie beispielsweise eine Linie, die Ihnen im Weg ist. Nun fällt es Ihnen schwer, wenn Sie einmal stehen geblieben sind, die Bewegung wieder erneut zu initiieren. Das implizite, prozedurale Lernen bei Personen mit Morbus Parkinson ist beeinträchtigt. Sie benötigen ganz klare Vorgaben, klare Wiederholungen, bekannte Bewegungen. Neues Bewegungslernen fällt Ihnen sehr schwer und wir merken das besonders, wenn Sie Dual-Task-Aktivitäten ausführen sollen. Haben Sie Personen eine Bewegung oder eine Leistung erlernt, dann können Sie das nicht automatisch in eine andere Situation transferieren. Sie müssen also in der Therapie die erworbene Lernleistung auch in den anderen Kontext, in dem sie noch erforderlich ist, umsetzen. Es wäre jetzt nicht möglich, gehen, auf ebenem Boden zu trainieren und dann zu erwarten, dass Personen im Wald spazieren gehen können. Dort würden Sie höchstwahrscheinlich trotzdem ein Freezing-Phänomen aufweisen, wenn unser Ziel beispielsweise war, das Gehen ohne Freezing durchzuführen. Jetzt könnten Sie im Wald allerdings einer Wurzel begegnen, die aus dem Boden ragt. Und auch wenn Sie es auf dem ebenen Boden mit einer Linie trainiert haben, die Wurzel ist etwas anderes. Dies ist nicht transferierbar. In der Therapie bei Morbus Parkinson beachten Sie bitte außerdem, dass das Feedback nicht sofort erfolgen darf, sondern erst sechs Sekunden verzögert. Studien haben herausgefunden, wenn Sie sofortiges Feedback geben, dann lernen die Patienten nicht so gut. Verzögertes Feedback können Sie über den Temporallappen aufnehmen. Außerdem kommt es bei Morbus Parkinson zu On- und Off-Phasen. Das bedeutet, dass die Wirkung des Medikaments L-Dopa vor allem mit fortgeschrittenem Stadium zwischendurch nachlässt. Das wäre eine Off-Phasen, in der die Symptome des Parkinson-Syndroms stärker werden. Für uns in der Therapie ist zu berücksichtigen, dass wir in der On-Phase vor allem positives Feedback geben sollen. In der Off-Phase hilft den Patienten und Patientinnen mit Morbus Parkinson hingegen negatives Feedback. Was bedeutet das? Wenn Personen mit Morbus Parkinson stürzen würden, dann wäre das ein negatives Feedback. Ich habe mich zu weit nach vorne gelehnt, deswegen bin ich gestürzt. Sind wir jedoch in der On-Phase unterwegs, versuchen Sie bitte die Übungen so zu gestalten, dass die Personen mit Morbus Parkinson nicht überfordert werden, nicht gestresst werden und gute Therapieerfolge haben. Dadurch, dass Sie wissen, dass die Personen jetzt langsamer lernen, steigern Sie die Intensität der Übungen nicht zu rasch, machen Sie viele Wiederholungen und verstärken Sie gut gelungene Übungen positiv, kommentieren Sie nicht gelungene Übungen bitte in der On-Phase nicht. Für das Lernen ist es hilfreich für Personen mit Morbus Parkinson, wenn Sie Bewegungen anderer Personen beobachten oder auch ihre eigenen, zum Beispiel mittels Video. Und auch mentales Training, also die Vorstellung der schwierigen Bewegungen, in denen es beispielsweise zu einem Freezing kommt, ist hilfreich und wirksam. Dadurch, dass wir negatives Feedback gerade in den On-Phasen vermeiden möchten, seien Sie bitte geduldig, vor allem, wenn das Freezing-Phänomen auftritt. Patienten und Patientinnen ärgern sich sehr stark, wenn sie eigentlich die Bewegung initiieren wollen, aber es zu keiner Reaktion kommt. Nun möchten wir Sie dabei unterstützen, indem wir ein Gehtraining oder ein Training von Alltagsaktivitäten mit Ihnen durchführen und werden die Übungen so gestalten, dass die Personen ein Erfolgserlebnis verspüren. Hierzu nutzen wir den Effekt, dass externe Skewing, also die Konzentration auf Reize außerhalb des Körpers bei Morbus Parkinson besonders hilfreich sind. Hier stehen uns nun verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Visuell kann das Skewing erfolgen, indem wir Linien, Markierungen am Boden platzieren. Beispielsweise wäre eine Übung, eine Strickleiter auf den Boden aufzulegen und Personen in die Felder der Strickleiter gehen zu lassen. Auch eine Markierung ist beispielsweise der Zebrastreifen und Sie können Personen mit Morbus Parkinson die große Angst davor haben, einen Zebrastreifen zu überqueren, dazu ermuntern, dass sie gezielt auf die weißen Markierungen darauf steigen und sich so von einer Markierung zur nächsten handeln. Nun wissen wir, dass die Patienten sehr kleine Schrittlängen haben. Sie werden also zuerst das Erreichen großer Schrittlängen trainieren müssen, damit dies möglich ist. Es gibt die Möglichkeit, auch den Patientinnen sich eigene Linien visuell darstellen zu lassen. Heutzutage werden hier häufig Laser eingesetzt. So könnte beispielsweise zwischen einem Rollator, linkes und rechtes Rad, ein solcher Laserstrahl sich befinden und die Personen trainieren, über diesen Laserstrahl drüber zu steigen. Als auditives Queuing nutzen Sie Kommandos, wie beispielsweise links, rechts, links, rechts oder eins, eins, zwei, eins, zwei. Und wenn es zu einem Freezing-Phänomen kommt, dann das Kommando eins, zwei, drei, los und dann gehen Sie. Sehr häufig eingesetzt und hilfreich sind auch das Metronom, beispielsweise während einer Gangschulung auf dem Laufband, sowie auch Musik, die sich Patienten, Patientinnen mit Parkinson über die Kopfhörer selbst zuspielen können. Kommt es also zu einem Freezing-Phänomen, könnten die Personen auf ein bestimmtes Musikstück eingehen und dieses auswählen. Zwei weitere Formen sind das propriozeptive Queuing. Hier nutzen wir vor allem den Fersenkontakt als starken Reiz, den wir unterstützen können durch Bewegungsaufgaben wie Stampfen, laute, feste Schritte oder in der Freezing-Situation das Gewicht verlagern zu lassen, um den Fersenkontakt zu betonen, so lange bis es möglich ist einen Fuß abzuheben und den nächsten Schritt zu initiieren. Kognitiv können sie nun das mentale Training anwenden und hier die unterschiedlichen Cues, die die Personen visuell, auditiv oder propriozeptiv trainiert haben, auch mental sich vorsagen lassen, vor allem wenn Personen im Alltag nicht auffallen möchten. Eine Therapieform, ein Konzept, das ihnen begegnen wird und wofür sie als Physiotherapeut oder Physiotherapeutin ein Zertifikat absolvieren können, ist die Therapie bei Morbus Parkinson namens LSVT BIG. Sie ist entstanden aus der Therapie LSVT laut, wo es vor allem darum ging, sprachlich laute Stimmen zu trainieren und das Sprechen zu fördern. Bei LSVT BIG geht es nun um Bewegungen und zwar ist es ein standardisiertes Programm, das über vier Wochen lang eine Stunde pro Tag jeweils vier Tage pro Woche ausgeführt wird. Es werden individuell an die Personen angepasst, Bewegungssequenzen ausgewählt, die repetitiv ganz viele Male groß, endgradig, laut, stampfend, mit weitem Ausmaß durchgeführt werden. Zusätzlich zu den vier Tagen eine Stunde über vier Wochen gibt es gibt es noch Heimübungen, die eine Stunde pro Woche durchgeführt werden sollen. Wenn Sie jemandem begegnen, der LSVT BIG durchführt, dieses jedoch nur zweimal die Woche macht, ist es nicht das standardisierte LSVT BIG Programm und darf nicht so genannt werden. Das heißt, dieses Setting ist auch nur möglich, wenn Sie den Patienten vier Mal pro Woche über eine Stunde über vier Wochen sehen werden. Das wird Ihnen also vor allem in Reha-Zentren begegnen. Freiberuflich müssten Sie hierfür die notwendigen Strukturen schaffen. Durch die hohe Intensität und die vielen Wiederholungen ist das Programm effektiv und hilfreich, um langfristige Lernwirkungen zu erzielen, die also auch mehrere Monate nach diesem Programm beobachtet werden können und durch weitere Durchführung im Eigentraining können die Patienten und Patientinnen unterstützen, dass ihre Fähigkeiten für längere Zeit erhalten bleiben. So, nun möchte ich gerne die Befundaufnahme und Therapie bei Demenz vorstellen und Sie werden erkennen, dass es zu Morbus Parkinson Gemeinsamkeiten gibt. Bei Demenz kommt es zu Gedächtnisverlust, Abbau der Nervenzellen. Dies äußert sich darin, vor allem im Anfangsstadium, dass Personen verwahrlosen und sich vernachlässigen. Es könnte sein, dass Sie, wenn Sie einen Hausbesuch machen und den Kühlschrank öffnen, dort viele schimmelige Sachen vorfinden oder dass die Personen auf ihre Körperhygiene nicht mehr so gut achten. Auch hellhörig werden sollten Sie beim Patienten und Patientinnen Floskelworte einsetzen und Ihnen immer wieder die gleichen Antworten, stereotype Antworten geben. In fortschreitender Demenz werden Patienten und Patientinnen Ängste oder aggressives Verhalten entwickeln und auch ein Fluchtverhalten aufweisen können. Dies kann daran liegen, dass Sie vergessen haben, wo Sie sich gerade befinden, wer Sie gerade sind oder Ihnen einfällt, dass Sie jetzt nach Hause müssen und Sie das dazu motiviert, sich fortzubewegen. dies können Sie unterstützen, indem Personen mit Demenz an Orten untergebracht sind, an denen es eine Möglichkeit gibt, den Gang im Kreis zu laufen. Zusätzlich können Sie versuchen, die Personen in ein Gespräch zu verwickeln, um sie davon abzulenken, was sie gerade vorhatten und nützen, dass sie es mit der Zeit auch vergessen. Nun möchten Sie die Personen aus ihren Ängsten und aggressiven Verhalten herausholen, indem sie ihnen gewohnte Situationen und Umgebungen schaffen. Dazu informieren sie sich darüber, welche biografischen Hintergründe die Personen haben, welche Vorlieben sie haben und werden bevorzugt diese auch in der Therapie einbauen. So wie bei Morbus Parkinson kommt es auch hier häufig zu stürzen. Es wird schwierig sein, diese allein von den Patienten und Patientinnen zu erfragen. Hier brauchen sie interprofessionelle Zusammenarbeit mit der Pflege, oder Angehörigen. Die Körperfunktion und Strukturebene werden sie vor allem in fortgeschrittenen Stadien kaum testen können, da ungewohnte und komplexe Bewegungsaufträge häufig nicht umgesetzt werden können. Sie werden also beispielsweise Kraft, Ausdauer, Gleichgewicht auch in den Aktivitäten beobachten können. Und hier gilt es vor allem gewohnte und nötige Alltagsbewegungen anzuleiten und auch zu trainieren. Sonst schaffen sie wieder ungewohnte Situationen. Wie bei Morbus Parkinson ist also bei Demenz die Transferleistung zwischen unterschiedlichen Kontexten nicht gegeben. Trainieren sie das, was sie am Ende auch möchten. Schaffen sie die Situationen so, wie sie im echten Leben auch sind. auch ist bei Demenz wieder die Dual-Task Aktivität reduziert, da es nun vor allem zu einer Aufmerksamkeitsstörung als Ursache dahinter kommt. Wir werden dies sowohl bei Dementen Patienten als auch bei Morbus Parkinson speziell trainieren, wenn es erforderlich ist. Dies ist besonders erforderlich, wenn wir an die Sturzprävention denken. Da Stürze vor allem dann passieren, wenn wir gerade gehen und zusätzlich abgelenkt werden. Wenn dies häufig vorkommt und relevant ist, ist Dual-Task Training die Methode der Wahl. Außerdem trainieren wir bei Morbus Parkinson und bei Demenz die posturale Kontrolle, die Muskelkraft und das Gleichgewicht. Auch Ausdauertraining ist wichtig, denn all diese Bewegungsübungen wirken neuroprotektiv und zwar besonders hilfreich am Anfang, im Anfangsstadium, aber auch im späten Stadium ist es nicht zu spät. Für beide Erkrankungen gilt, dass wir viele Wiederholungen benötigen, dass wir Reize nicht verbal alleine setzen können, sondern dass wir auf visuelle und andere auditive Reize als reines Anleiten zurückzugreifen. Und auch bei Demenz werden tektile Vorgehen hilfreich sein, also das Führen von Bewegungen sowie visuell das Vorzeigen von Bewegungen. Auch bei Demenz gilt, so wie bei Morbus Parkinson, das Training darf und soll anstrengend sein und mit zunehmendem Lernerfolg progressiv sich steigern. Das bedeutet, auch wenn es anstrengend ist und viel Energie hineingesteckt wird, werden wir leider nicht so rasch eine Verbesserung bemerken, wie bei anderen Personengruppen. Trotzdem ist Lernen möglich, wenn auch mit deutlich mehr Energie und Zeit Aufwand. Die Lernergebnisse bleiben auch leider nur begrenzt erhalten. Wir müssen also das, was Personen in ihrem Alltag benötigen, weiterhin üben und nutzen, nach dem Prinzip Use it or lose it. Und das Training muss im nötigen Kontext erfolgen. Der Transfer in andere Situationen oder auf andere Bewegungen funktioniert bei Parkinson und Demenz nicht. Und die Personen brauchen gezielte Aufmerksamkeit auf die durchzuführende Aufgabe. Ablenkende Situationen, Geräusche, andere Personen im Raum können hier die Therapie sehr beeinträchtigen. Sind die Personen in ihrer Lernleistung sehr weit fortgeschritten, können wir die Therapie durch kognitive Übungen und Dual-Task-Aktivitäten steigern. Nun sind wir am Ende dieser Lerneinheit angekommen und nun bitte ich Sie, ein kurzes Quiz am E-Campus zu absolvieren, in dem Sie Ihre gewonnenen Erkenntnisse überprüfen können. Überlegen Sie sich außerdem bitte ein geeignetes Übungselement, welches Sie in einer Gruppe mit Parkinson-Patienten oder Patientinnen durchführen könnten. Hierzu finden Sie sowohl in dieser Lehreinheit als auch im Skriptum Hinweise für mögliche Übungssituationen wie beispielsweise verschiedene Cueing-Varianten und die Therapieprinzipien. Tragen Sie Ihre Übung bitte in ein Stundenbild ein. Hierzu finden Sie einen Link zu einem Google-Doc ebenfalls auf dem E-Campus. Bitte schreiben Sie neben Ihrer Übung Ihren Namen. Wir werden in der nächsten Lehreinheit, die wir gemeinsam absolvieren, dann diese Übungen ausprobieren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Einheit. Aufmerksamkeit. 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 Aufmerksamkeit.